Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Hier zwei Sachen haben wir vor. Ein kleines Unboxing. Wir haben jetzt mit einem Stativ besorgt, das nämlich speziell ist. Da hat man bei den Stativen das Problem, dass hier immer so ein Pempel dran hängt. Und jetzt habe ich was gefunden, wo das nicht der Fall ist. So ein schön glatt nach unten alles gezogen ist. Das wollen wir uns mal gemeinsam angucken. Hier in dem Karton haben wir es drin. Und zwar ist es mehr so ein Savey-Stick. Hier habe ich so eine Art GoPro-Halterung noch dabei. Dann habe ich hier... Da wird das Stativ dann drauf geschraubt. Und hier die ganze Sache. Hier wo ich dann die Gear drauf schrauben kann. Oh, sehr, sehr hedel verbaut hier. Kann ich ausziehen. Uiuiuiui. Ich schraube die ganze Sache hier drauf. Dann muss ich hier irgendwie noch wahrscheinlich... Drehe ich das zusammen. Ich habe hier ein cooles Selfie-Stick. Und hier oben drauf kann ich noch meine Gear hinstellen. Ich habe hier ein sehr cooles Stück. Natürlich ein bisschen aufpassen. Wenn Wind ist, damit die ganze Sache immer nicht umfällt. Ich kann es so brutal stabil. Ich habe hier noch eine Halterung noch hier für das Handy. Hier nochmal eine Schraubendreher. Da habe ich mir die GoPro montiert. Und hier nochmal einen. Da kann man quasi unten reinschrauben dann. Um hier kein Problem zu haben. Okay, cooles Teil. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen hier. Ist doch ein bisschen wackelig. Dass mich dagegen tritt und dann dagegen fliegt wiederum halt. Und dann fällt die GoPro, äh fällt die ganze Sache hier um. Okay, dann bis dann gleich. So ein bisschen Hubschrauber fliegen.